Wir könnten sehen bei Promi Big Brother, wie eine alte Frau sich total abschießt, die Isa Young. Schläft fast auf der Terrasse ein, wird von den anderen Bewohnern da abgeführt und ins Bett gebracht. Und sie also wirklich full wie so eine Natter und was sie da einen Käse labert und wie sie es denn am anderen Tag abstreitet. Die hat auf jeden Fall ordentlich es krachen lassen lassen. Also die, ich glaube, am geilsten war ja wirklich, wie so ein Huckepack ins Bett geschafft wurde. Also richtig geil. Also die Isa, die hat wirklich gesoffen, was das Zeug hält.